Ach ja Leute da haben wir es geschafft haben bis die Diamanten geholt ist sehr nice es müssen nur unseren Scheiß wieder ablegen oh er springt gerade im Bett wieder rum der altbekannte Bug äh so deswegen wird es noch nicht hält so ja ich bin gerade wieder aufgestanden habe jetzt mich jetzt hinweg was wir machen wir machen dann auch gleich ja Aufnahmestopp den Kummer haben wir nicht mit dem Born angefangen ja irgendwie ist Action aber das ist draußen okay ähm ja gut wollen wir erst mal wertvoll ist unsere Dias reinpacken erst mal die Steine an den Ofen stopfen ja ich packe erstmal meine Dias weg die sind mir heilig so und Ofen na gut stimmt dann muss aber erstmal gleich ein bisschen Kohle raus welchen nimmst du egal ich mach die zweite Reihe hier voll ich war erst mal nur Steinrein die Portis und Scheiß Ding rum nahm es ändern oder abfacken so sagen sie kann dann Kohle die wir sammelt haben werden wir müssen verschwendet ja ich mache ich mache aber nur acht in jeden Ofen weil du brauchst nur acht für ein Stecker rost nach Kohle für ein Stecker Gnade amanny größten Krimi Europlanung aus einem Heizweißer Wer ich will es ihr recht ich habe nicht so viel ich habe nur ein Stecker übrig gelassen in einem Taten mir um so nicht mehr lassen sagt jetzt genau für die acht Löfengreis weder kohle mehr nicht um nicht gemacht wird die vierte Reihe verengen mit Stein mit Kohle musst du dann machen wird das muss Prozent Prozent oder ich muss ich habe keine mehr aber da muss ich ja was in Trunnen um das heißt nur um das Unruhe der Verbrauchungen in den Menschen aus dem Männern wieder ja gut ich meine das Problem ist halt er hat so lange nicht sind Prozent passiert auch nicht zu tun er hat er anzielt die Sonnenblenden aufgenommen ich habe nichts aufgenommen ich habe es aufgrund der Schuppert geguckt so wollen wir so Kohle 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 achten ach nee da ok da haben wir noch ein bisschen was an Kohle das geht klar so nimm ich mir mal zwei 64er Stacks Kohle raus das ist ja schon mal ein bisschen was drin machen wir machen jetzt Kohle rein ich mache schon mal meine die hat die ist wie sie save us an der 38 stücke man die Junge ja ich habe meine auch schon rein ich habe jetzt 838 das geht klar wollen wir uns jetzt schon was bauen jetzt schon anrücken ja oder das war das recht das waren das war eine komplette Tierrüstung machen genau ich brauche 48 für eine Tierrüstung komplett ja ja jetzt habe ich nicht gut genug aufgeteilt egal habe ich wirklich schon mal was jetzt habe ich überall ist nur 16 rein aber naja egal wenn ich mir noch ein bisschen cool kommt es aufzuteilen so wie viele haben noch was mit steigern können so ein schönes Lager vollständig oder zack 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 in der 5 3 erst nichts mehr stein nun Prozent der Mischung ist weg doch nur in der 1 in der ersten hohen steinendichs können man nehmen er kann es auch noch mal ein mit uns mehr mögliche okay ich mache ich hätte schon ein bisschen Kohle auf die 5 3 wo man sich gut 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 da ist drin na da ist nix drin egal bei der einem ist kein im einen ofen ist nix drin in dem da auch jetzt ja gut mein kohle so und dem hier ja aber das dürfte erst mal 34 steck 6 von den ziegeln das reichst aber erst mal erst jährlich stext fast vier wie die stext ja so viel wie du gerade gesagt hast die 64 stext ja wie viel hast du gerade gesagt 64 ja dann sind es auch 64 ja ich glaube was glaubst du vieles reichen wird ich glaube nicht so lange wie wir uns das jetzt denken können um einen so nicht nur einen tag hat zu tun es ist komplett durcheinander gemacht mit vollemann ja meins ist auch leer aber durcheinander leer ich habe noch letzte und scheiße locker am ab und ich habe noch andere sachen Prozent Prozent Eisen und und so ein scheiß und drüben wir machen ja stimmt jetzt auch nicht mehr verbraucht aber die Reise am Tag wir machen es auch nur Kofi wo ist jetzt die Redstone Prozent Prozent tut 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 und die anderen Sachen die brenn ich nicht höchst kein Bock drauf im Besuch an die Kiste zu tun und die Eisen und Gold Prozent durch erfreundlich ist nachdem als Kiste der Fall ist und dann haben wir wieder die Leisen jetzt hast du hier guck gut was wir rechts haben ist doch recht 3 5 5 6 ordentlich hat dazu gepasst und ich habe da 38 dias das geht klar für unsere aber eine stunde zum geboden dafür locker wir haben jetzt aufnahmezeit genau zwei stunden 15 und müssen wir sagen die aufnahme oder ihr wisst und dann nach einer riesen lang aufnahme hoffe ich allzu langweilig mit dem ganzen script mein aber hat sich ja im effekt gelohnt und was mir die ganze steile vorhaben werden die dann auch irgendwann in der nächsten aufnahme erfahren und durch mal sagen hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft von den abiger gaming groß natürlich wieder mit dem alex verlappen und ich bin ja nr nr die kreis ist auch noch mal so ich bin ich ja immer ein bild groß vielleicht ist der jäger nr 1 bei der wöre bei der kräfte schriftlich gedrückt 15 links los geht's was soll machen es sollte zu bauen aber wir könnten mal gerade unseren scheiß da gucken was das ist fertig wir haben noch einmal angefangen also brenner noch anders auch nö da ist doch fast schon durch aber nehmen wir nicht raus ich bin nicht möglicher sehr ja hat erst mal können sein wollen noch kohle und ich glaube ich gestern sind pharmakos ob es mit hier ist wenn du dann die befahren ich baue mit kohle erst mal hier moment weiß man auch noch ein paar spitz haben wir auch machen ein bisschen scheiß und mann hier ist nämlich und schon davon beim bauern nehmen wir okay und ich will wissen ich kann mir wieder auf dem von ihrem Haus so das ganze stein das lecken aber kriegst du auch ordentlich erfahrung dabei ich gehe mit Level 30 ich bin mit Level 30 dann baue ich äh dann wollte ich eigentlich für Zauber gehen also nicht sterben, sondern den ganzen Level weg ja dann mach doch ja ich hab aber nichts in die Jammat ja toll, dann muss ich aber die Jammat nur nutzen ja scheiß auf schon mal okay ähm ich will noch kurz aus hier gucken und momentan schon voll alter Junge und die Üben sind nämlich mal alle leer so mehr geht, ich bin voll ha, Junge ALTER ich muss meine ganze Sachen ablegen, warte mal Waffen so ne doch das kommt mal weg Werkzeuge wir haben drei, wir haben sechs Fire Resistance Dränge, das ist gut ich hab mal gewinnt, wirst du so wieviel ich Stein ich mal in meinem Arm habe so, jetzt darf man ein bisschen was, was brauchst du denn noch so Trieb der Heilung, die bräuchten Melone und ähm ähm ich habe Hunger Melone und Alter gar nicht übertrieben und da geht's okay, wir haben noch sieben überhaupt nicht übertrieben drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, gut, dann muss ich jetzt schon mal Gold snacken ähm discontin Zeit ok ein dann 325 sieben acht 19 äh 1 12 Dr 14 15 16 17 18 21 25 60 9 alle übernimmt haben zummerkuchen so kann ich übertrieben nö überhaupt nicht das sollte zumindest eine zeitlang reichen und noch die restausten öfen raus und dann das kräfte kundervorstichs werde ich noch zusammenkratzen alle paar brennen nicht immer noch auch immerhin meine linie auf die eier und auch whatsapp whatsapp nigger die musik war wieder eine so ein Lappenbild war auch mal ein bisschen er hat er das ist er gemacht für den bilden alle die richtigen bilden schickte war alle jungen kämtliche bei den Wissen kennenlernen ach so du weißt wo der Schwestern so ist es ja nicht so rausbrusamen aber egal ich steig wir haben von das hat jetzt mit dem Thema zu tun und dann erst mal den Stein zieht einfach staunen mann ich hab keinen Sinn erstmal alle wegmachen ey und dann guck ich mal wie will ich mitnehmen erstmal ja muss ja nicht so viel mieten ne ganze Kiste voll geht haha ja läuft Junge das mal gucken wo ich weiter raus hole hab ich alles rausgeholt ja da hab ich da hab ich hier noch ein Stack hier noch ein Stack hier ein Stack wo ist Eisen 20 Eisen 32 Eisen ach guck mal noch mal drei Stacks raus alter Junge was ist los bei dir? übertrieben viel sooo ah jetzt haben wir wieder schöne vier Sticks ein und ich bin damit dran kann ich mir nur Dings machen mit dem Schwert aus dem aufs Dias aufs Dias nimm so zwei Stück raus naja ach ne ich muss für keinen neuen Schmachstum ich meine Industrie von daher egal ähm ich hab 5 der Schmachstum mit der Schmachstum noch eine Spitze und zu hier haben wir doch Sticks der Heilung jetzt hier Klaus die die übrigen mit so und ich hätte mich nicht mit sehr dumm und zum anderen Prozent und Verwurterungstisch wo man die Kiste ein 20-30-Gruppe Kuckuck da war einfach rein ja ich warst du schon ganz gut mit der Weisung wie die der Penis abfällt Schönerin Eisen hier mitnehmen und Holz hat sich genug okay denn das ist es johann überhaupt nicht übertrieben die in der sich er geht klar die sind das kürzend haben was haben wir nicht genannt mädchen aber auch bauen wenn man durchreisen aber ist möglich das moment Schwert ihr Verzauern